Also, zusammenfassend kann man sagen, dass KI-Sprachsysteme Werkzeuge im Sinne der verteilten Kognition sind, an die Studierende bestimmte Basisprozesse offloaden können, um ihre eigenen kognitiven Kapazitäten freizumachen für höherwertige Prozesse. Das heißt, KI-Sprachsysteme werden ein natürlicher Bestandteil von Personal Learning Environments von Studierenden sein. Und sie erfüllen dort ja auch viele Funktionen, zum Beispiel als Assistenten oder Tutoren. KI-Sprachsysteme bergen ein großes Potenzial für Individualisierung, haben aber auch einige Probleme im Bereich der Chancengerechtigkeit. Dies muss beachtet werden, wenn wir diese Systeme in der Hochschullehre einsetzen. Aber auch für Lehrende sind KI-Sprachsysteme ein sehr nützliches Werkzeug im Alltag. Lassen Sie uns also gemeinsam mit den Studierenden ausprobieren, wie wir KI-Sprachsysteme produktiv, aber auch kritisch reflektierend in der Hochschullehre einsetzen können.